Mein Name ist Livia Sommerwill und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Graubinden. Dort bin ich Dreh- und Angelpunkt für die nachhaltige Hochschulentwicklung und verantworte den jährlichen Aktivitätenplan. Mitarbeitende und Studierende bringen Vorschläge ein, die ich prüfe, weiter ausarbeite und dann der Hochschulleitung präsentiere. Ich bin selber auch in Lehr- und Forschungsprojekten tätig, teilweise als Projektmitarbeiterin und teilweise als Projektleiterin. Vor meinem Masterstudium absolvierte ich meinen Bachelor in Tourismus an der Fachhochschule Graubinden. Nach meinem Abschluss zog es mich in die Ferne. Ich absolvierte Praktika in Malaysia und meiner väterlichen Heimat Australien. Nach einigen Jahren Berufserfahrung wollte ich zunehmend den angestossenen Wandel einer nachhaltigen Entwicklung mitgestalten. An der ZHW in Wädenswil fand ich einen Studiengang, der mir eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung dazu ermöglichte. Ich habe in Teilzeit studiert und schätzte es sehr, einen so großen Gestaltungsfreiraum zu haben. So habe ich auch Module besucht, bei denen ich mit nur wenigen Grundkenntnissen gestartet bin. Daran bin ich persönlich gewachsen. Das Studium und das erworbene Wissen, aber auch die Weiterentwicklung von Kompetenzen habe mich befähigt, informiert und verantwortlich zu handeln. So kann ich meine Arbeitgeberin, die Fachhochschule Graubinden, in eine nachhaltigere Richtung weiterentwickeln. Der Masterstudiengang ist sehr interdisziplinär. Die verschiedenen Hintergründe der Studierenden reflektiert meiner Meinung nach die Herausforderung der nachhaltigen Entwicklung bestens. Wer diesen Austausch schätzt und sich für die Nachhaltigkeit interessiert, ist bei der ZHW genau richtig.